So hallo an alle. Das ist jetzt mein Community at War. Das ist für Englisch sehr schwierig. Hier war ich nur ein bisschen vor. Weil die Member die hier drauf waren, weil ich meine auf einmal im Achtement eigene Babys rausgebracht habe. Und ich kann diese Member dann verlesen, ich habe da bei dieser Beschreibung mein Spawn. Und hier haben wir Spawn. Ich habe mich gerade extra in den Lieds. Gleich am Anfang entweder der Webform beziehungsweise 3 Minuten von 4 Minuten von der Fernsehung, Ja, diese Server hat schon ein Jahr alt, also fast schon ein Jahr alt ist, ähm, hier will ich jetzt Chancelung rein. Wäre nett, wenn es war, aber macht auch nicht. In dem Titel der Song ist, äh, ich habe einen Kreuz auf. Ein Server bestand vor, ich kenne diesen Serverbuch da sehr gut und vereinflusst bei ihm. Empfehle ich. Äh, von dem gibt es auch die Power-Era und kann man auch die Power-Era und kann man auch die Power-Era und kann man auch mal kreditieren. Und ein Instrument, die ich benutze, also, äh, von New-Oledo. New-Oledo ist, ähm, ein Server ohne FBI-Code-Laden. Auf der Herzen ist es gut. Und dann muss, irgendwie, in der einen Techno an hatten wir das Server. Aber, und man sieht, ich habe nur FBS gerade. Es lädt, es lädt mich wärmer. Und meine Ernste, was wir hatten, wie ich bin, war, ich bin nicht schnell. Echt durchgefallen. Ich kenne, es wird, es gibt so viele Ernste, was wir hier haben. Und diese Systeme, wo ich hier abgeregt, auch für, also, ich will auch mal Einzel-Oledo Sachen. Deshalb kann man diese MX-Nome als auch, wie gesagt, im Medienwechsel, weil ich so was muss. Und ich kann den Weg durch die Spiele erleiden. Und, also, ich kann mich für euch sagen, ich kenne mich nur auf die Fall, ich finde es nicht so gut. Bei mir sind zwei verschiedene Versionen teilgestellt. Am besten guckt ihr es euch beim iOSer 100 Mal an. Er hat es am besten beschrieben. Boiser kippe, aber nur auf jeden Fall. In Munchter, und auf jeden Fall. Vielen Dank.